Ok, seine ist unten. Warte, ich guck grad noch nach zum Samen. Bleib schneller. Ja, ich guck grad erst mal nach zum Samen. Du meinst zurückgucken? Ja. Ja, kann ich auch machen. Nee, lass du das sein, einfach unten. Nee, guck jetzt nicht. Weil du weißt, die NPCs, die können auch so einen Samen droppen. Ja, ich weich. Weil durch einen Kirk hab ich einen gekriegt. Und durch einen Hot-Trick auch. Aber der hat nicht viel gedamaged irgendwie. Nee, das fand ich wieder komisch. Der NG plus war das recht wenig Damage. Aber der hat eine gute Rüstung angehabt. Ja, ich hab den, ich glaub einmal gehittet. Ja, wir haben schon gut gedamaged grad neben dem. Und der hatte halt Schiss einfach nur. Ja. Nee, ich hab reinbekommen. Ja. Dann schauen wir noch mal zu geil dort. Oh, der jetzt zocken wird. Nein, ich kann ja mal nirgeln. Die muss ja mal wieder schauen. Weil zu verkaufen hat der so nix, was mich jetzt interessieren würde. Ja. 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 Der Stormrular ist bei mir auf 5. Ich brauch 6 von 8. Ich hab schon auf 5. Ist das sein unten oder was? Hm? Ist das sein unten? Nee, noch nicht. Aber ich find's genial mittlerweile. Man überlebt den Jump von ganz oben. Ja. Und vor allem gestanden. Ja, wir waren grad einfach zu greedy. Wir hätten nicht hinterher dürfen. Ja, der Blauen ist da noch mit hinterher. Ja, aber der hat sich um so... ...ein Schmied oder was auch man ihn nennen soll. Die Feuerfotzten da. Nee, der stand bloß vorne an der Treppe rum, glaub ich. Nee, der ist hinter so einem Feuerfiecher gewesen. Ah. Ich bin wieder so schrumpelig. Echt? Echt? Diff jerky. Wieso? Wie viele Auswirkungen hast du? Ich hab dem letzten, äh, von 99 runtergemacht. Hab ich schon wieder 25. Und der sind immer so lächerliche Tote. Entweder so wie jetzt. Oder ich fliege irgendwo noch. Wie ist es eigentlich hier, wenn man die Buben nicht hat? Und man hat sie nicht durch. Da kommst du nicht durch. Da kommst du nicht durch. Ah. Da hab ich mich... Wurde ich mal zu einem gesamten Test vorne an dem Ding stehen geblieben. Da kommst du nicht durch. Was ich mir so gut gesehen habe? Ich hab' hier. Ich hab' hier. Wirkliche. 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 Wurde ich bin después! Der ist richtig. Wirkliche. Wirkliche. Hier hat schon wieder viel Wasser gesaugt. Oh, die sind noch dracking. Das habe ich vergessen. Oh Mensch, das fliegt hier oben. Wir wohnen in Vader. Ach, lass ihn rennen. Lass ihn rennen. Wenn er es machen will. Was ist der da drüben? Oh, da bufft sich einer. Vorsicht. Oh, das ist der schiefste, wenn wir eine Range-Attacken haben. Wie hat er mich da gerade raus? Oh. Das war jetzt eindeutig der Lächste. Ich war nicht mal auf meinem Spring in der Nähe. Ich muss jetzt dazu sagen. Bei mir war ja auch nicht richtig in der Nähe. Was komisch war, du hast den Lächste bei mir hier abgekriegt. Da war ich noch nicht mal. Und du bist dann nicht bei mir hier. Ich wohne ungefähr hier, glaube ich zumindest. Lächste war es jedenfalls. Ich bin der Lächste. 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 Die Lächste war auch nicht auf dem Meister. Aber ich habe das Schmacht. Ich bin der Lächste. Ja. wie die gestern lockten wir keine chance haben sie das ist wieder das du gut dran das eine fiege ist schon mal weg die 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 der war viel zu schnell gerade bei mir wo ich zukommen habe der viel zu früh wird gesetzt bevor wir erstmal zukommen wollen wir dann von bonfire zu bonfire machen entscheide du wenn man schon machen lassen sich die dritte die da drinnen und die da in dem großen raum ja ich nehme den ein paar oder das schon mal zu brust muss man die in den katokums treffen die anderen solle ich den schild fach wieder machen Ja, warte, mach gut. Nee, ich hab gehofft. Wieder gehofft. Aber immer mehr. Ich dachte, es wären nur zwei Stück. Und die alle kaputtgeklopft werden. Ja, die fliehen einfach mal so um. Ja. Du weißt, was ich gerade an dem Invader nicht verstanden habe. Dreimal setze ich die Special Attack. Dreimal kommt er in die Nähe von mir. Ansatz wegzurennen, rennt er hin. Ja, der dachte halt, er schafft es sich wieder wegzuposen. Ja. Es wäre der King, wenn der die Attacke geparriert hat. Was soll ich jetzt wieder abbauen? Ja, mach das. Ja, dann hoffen wir morgen, dass die Zeitungen rechtzeitig kommen. Ja, hoffen wir es mal. Die werden aber eh sicherlich ja schon viel von heute in der ADH. Ja, morgen ist Montag, zum Glück. Bis ist es. Okay, ich kann schon wieder aufleveln. Dann machen wir das mal. Dann könnte ich dann so durch einmal machen. Das ist meist eines unten. Das ist meist eines unten. Ich finde das zweite Bonfire, das ist ein bisschen für den Arsch bei dem Level jetzt. Wieso? Da können wir genauso gut das erste weiterhin haben. Ja, aber beim zweiten kannst du wenigstens sammeln lassen. Ja. Aber Ansicht unnötig. Du hast nur das einen Viech zu bekämpfen. Mehr auch nicht. Ja, aber trotzdem. Ja. 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 Ja.